hey leute und willkommen zu diesem simcity builded video in der zwischenzeit habe ich einige simoleons gefarmt habe hier den expansions bereich gekauft und er wie ihr seht die häuser verbessert ein paar häuser habe ich abgerissen aber die hier dafür ganz hoch gezogen so ich habe fast level 14 bei level 14 bekommen wir einmal müllentsorgung und das garten equipment und ich würde mal sagen jetzt verbessern wir das hier mal und es reicht natürlich nicht ja gut müssen wir noch irgendwas anderes verbessern ein gemüse jahr klar und level aufstieg service kategorie freigeschaltet müllentsorgung kleine müllhalde müllhalde mühlverbrennung recycling zentrum das werden wir gleich aufbauen und das garten equipment das werden wir auch gleich bauen die stadt produziert mühl um dieses problem sollten wir uns besser schnell kümmern bauen sie eine müllhalde so hier steht das recycling zentrum oh ähm moment ich muss die hier kurz verschieben und zwar hier hin ein bisschen umbauen ein bisschen umbauen so und hier umbauen Und jetzt bei Müllentsorgung hier hin. So! Jetzt werden sie wieder glücklicher. Nein, danke! So, stellen wir hier mal was her. Oh, Zement. Danach Kleber. 50 Minuten dauert das. 0, 1, 0. Ja, dann stellen wir mal zwei davon her. Zwei davon. Kann mir nichts machen. Gras. Oh, Schaufel und Samen. Habe ich beides nicht. Ja, gut. Ist natürlich dann ein bisschen blöd. Oh, das können wir machen. Und ablegen. Investitionen in die Bildung in dieser Stadt wären erste Klasse. Ja, jetzt haben wir wieder kaum Geld. Wir brauchen 40.000. Strand, Textilien, Kleber. Oh ja, dann schalten wir ja den Strand frei. Cool. Hier fehlen noch etwa 12.000. Und ich habe hier was gemacht bei der Landschaft. Ich musste leider ein paar von den Parks verkaufen, um mehr Geld zu bekommen. Aber dafür habe ich jetzt hier Seen hingebaut. Für dieses hier, für die goldenen Schlüssel. Mache ich hier mal gleich einen hin. Und dann noch... Ähm... Dahin? Oder hier? Nee, hier. So einmal. Und so einmal. Gut. 12.000, reicht das? Ja, es reicht. Cool. 10% Effektivität. Ah, 4 Minuten 30, 27, 18, 45. Das hat eben noch 50 gedauert. Gut, dann dauert das jetzt nicht mehr so lange mit dem Herstellen. Benötigt Level 16, okay. Donutladen. Können wir uns bald holen. Oh, das ist viel. Das ist viel zu viel. 10 Nägel. Ja, 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 okay. Ja, okay. Ich habe gerade so viel Stahl einfach. Verkaufen wir das. Zwischendrin noch davon drei. Okay. Drei Stück rein. Irgendwann wird es jemand kaufen. So. Cool, dankeschön. Und? Ah, drei von vier, null von vier, null von vier. Okay. Hm, dankeschön. Wir haben einfach so wenig Geld. Die Stadtkassen sind leer. Es ist halt blöd, wenn man nichts machen kann. So, das da noch reinmachen. Dann püffeln. Und, ah, die Kameras sind das Problem. Und den beiden habe ich mehr als genug. Ich gucke mal bei Heinz vorbei. Ja, ich weiß, da war gerade so ein Teil, wo ich was verkaufen kann. Aber ich gucke jetzt erst mal, ob er was zu verkaufen hat. Nee. Aber gibt es ein Geschenk für mich? Ja. Dankeschön. Oh. Zwei Schaufeln. Mal sehen, was ich damit machen kann. Ja, kannst du haben. Ah, nee. Okay, ich kann nichts damit machen. Hat mir nicht geholfen. Hammer. Da brauche ich einen Hammer. Acht Minuten, 14 Minuten. Ach ja, wenn es so schön lange dauert. Ich mache immer irgendwie was Wertvolles dazwischen, damit sich die Leute es auch angucken. Vielleicht finden sie ja dann noch was, was sie brauchen. Ja, Backsteine brauche ich gerade nicht. Was ist das eigentlich? Oh, 30 Jahre SimCity. 30% Geburtstagsrabatt. Errichte jetzt unverwechselbare Wahrzeichen. Oh, ja, wow. Ich brauche Level 30 dafür. Kultur Abteilung. Alles klar. 80.000. Ich kriege nicht mehr genug für, ähm, für Bildung und für dieses Transportmittel. Ja, genau. Schieferturm von Pisa, Big Ben, Arc de Triomphe. Oh, hier war es aus Deutschland. Cool. Empire State Building, Freiheitsstatue, Washington Monument. Burg Himeji oder Himei, Eiffelturm, oben mit vier Spänner, Geralda, Tokio Tower, Kölner Dom auch hier aus Deutschland, Willis Tower, Maxis Man, ist das so nahe Superheld? Keine Ahnung. Omega Turm. Nazca oder Nazca Vogel? Nazca Lama, alles klar. Okay. Gute Neuigkeiten, Bürgermeister. Im Baustoffhandel gibt's jetzt Zement. Ja, das habe ich schon gesehen. Brauchen sie mir nicht zeigen. Fünf Minuten noch. Oh, 50.000 beim Handel verdienen. Fünf Frachtlieferungen, das könnte ich bald schaffen. 50.000 Sims, ja okay. 100 Einheiten Gemüse. 100.000 an Steuern, fast die Hälfte geschafft. Erweiterung in der Spielkarte. Fünf Stück erst. Ja, okay, ähm, das wird immer weniger. Das möchtest du schon wieder. Gute Neuigkeiten im Laden für Gartenequipment gibt es jetzt Gras. Ja, danke für die Info. Gute Neuigkeiten im Laden für den Roland Roller zu gewinnen. Nemesgenequipment. Da sind wir mit lange Zellen und gleicher Bule. Das hast du schon ein Problem gewonnen. Erweiterung, das ist eine einem Spielkarte. In meinen beiden Problemen, das ist eine ein Problem. Im Geld für Garten. Aber im vergangenen Stein. Nein, danke. Es war viel Geld, aber ich brauche momentan kein Geld. Berg. Namenszug der Stadt. Steht dann da SimCity oder was steht dann da? Steht dann der Name, den du der Stadt gegeben hast. Ich glaube, SimCity aber egal. Gemütliche Hütten, Berghütten, Wanderhütten, Alpenrestaurant, Bergbahnhof, Wildwasser, Halfpipe, Sprungschanze. Das ist eine ganz schöne Menge. Ja, ich mach's. Mein Sohn lebt in einer benachbarten Region. Ich habe mich entschlossen, um mich hier niederzulassen, um näher bei meiner Familie zu sein. Ja, okay, Bildung. Ein bisschen steuern. Und es regnet. Na, vielen Dank auch. Zweieinhalb Minuten noch. Okay. Gesundheit. Level 16. 32.000. Moment. 50. Ne, das war 36, oder? Warum wird es bei Gesundheit günstiger? Okay. Zwei Minuten. Kontrollnet. Kontrollnet ist für Omega-Häuser zwingend notwendig. Ohne Kontrollnet funktionieren die Häuser nicht ordnungsgemäß. Und es werden keine Neo-Simoleons generiert. Drohnen. Drohnen sind ihre Augen am Himmel, die über Verbrechen, Brände und Gesundheitsnotfälle in den Omega-Häusern wachen. Okay. Verstehe ich nicht ganz, aber es ist ja egal. Omega, das hier kommt ja auch erst später. Level 30. Oh, 40 Sekunden. Oh, 40 Sekunden. Ich komme halt kaum weiter. Aber wir haben viel geschafft. Wir haben das nächste Level erreicht. Wir haben hier das Recyclingzentrum aufgebaut. Garten-Equipment. Garten-Equipment. Ja, ich würde das mal als erfolgreich sagen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, und... Dankeschön. Ich will den nächsten erstellen. Oh. Wow. Okay, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Gemüse. Dann brauchen die noch. Ähm, die da. Okay, 5 Minuten. Ja, okay, das war jetzt, ähm, ich würde mal sagen, ein Fail. Ich werde jetzt hier keine weiteren 5 Minuten mehr warten. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da. Und ich würde dann sagen, tschüss, Leute. Und ich wünsche euch das Video gefallen, bis zum nächsten Mal.